Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem kleinen Weihnachtsvideo. Ja, ist euch wahrscheinlich aufgefallen, es ist Weihnachten. Ha, ich hoffe es ist euch aufgefallen, weil wenn nicht, wäre ein bisschen doof. Naja, aber man kann es ja nicht übersehen. Ich wollte euch einfach nur schöne, schöne, frohe Weihnachten wünschen. Viel Spaß mit euren Familien. Besucht eure Lieben. Hockt euch mit ihnen zusammen. Unterhaltet euch. Haut euch den Ranzen voll. Bewerft euch gegenseitig mit Geschenken und keine Ahnung und allen möglichen Blödsinn, den man sonst auch so tut. Dieses Mal wird es kein großartiges Weihnachtsgedicht geben. Ihr wisst, es läuft bei mir gerade nicht ganz so rund. Und ja, ich nenne es jetzt mal vorsichtig kreative Blockade. Aber einen kleinen, einen kleinen habe ich. Aus meiner Garnison in WoW, aus Drenor, Frostwall. Ja, los geht's. Weihnachten, das ist jetzt. Junge, das fetzt. Schrinks, labert schon wieder wirren Mist. Auf das er bald nen Besen frisst. Feiert mit euren Lieben, kommt zusammen mit fünf oder gar sieben. Andere Mengen sind nicht erlaubt, hat der Weihnachtsmann mir gesagt. Egal wie schlimm 2016 für dich vielleicht war, in dieser Zeit ist's wunderbar. Den Schnee jedoch, den könnt ihr lange suchen. Esst lieber nen gepuderten Kuchen. In diesem Sinne, euch und euren Lieben, frohe, frohe Weihnachten, schöne Feiertage. Und ja, ich hoffe, dass ich im nächsten Jahr dann doch wieder ein bisschen mehr auf die Reihe kriege. Wäre schön. Unten sind noch ein paar interessante Links drin, falls es interessiert. Und wir sehen uns. Ciao Leute und danke für die tolle Zeit. Bis zum nächsten Mal.